Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Onlineshop für alles rund um das professionelle Licht. Heute in diesem Video wollen wir uns damit beschäftigen, dass wir die klassische T8-Leuchtstofflampe, hier in diesem Fall die 58 Watt, austauschen gegen eine professionelle LED-Anwendung, hier in diesem Fall die Nava SL-T5 mit G13-Sockel. Jetzt wird einer wahrscheinlich sagen, SL-T5 gegen eine T8-Lampe. Ja, die gesamte Familie von Nava heißt so, SL-T5 und die gibt es dementsprechend auch mit G13-Sockel und dementsprechend, jetzt stelle ich sie mal direkt nebeneinander, können sie erkennen, dass die Lampen gleich lang sind. Also von daher gibt es keinen Längenunterschied, der Sockel ist auf beiden Seiten G13, also von daher ist es kein Problem. Ein einfacher 1-zu-1-Austausch klappt jetzt nicht. Hier haben Sie in der Vergangenheit einen EVG verwendet und hier brauchen Sie zukünftig einen LED-Treiber. Jetzt wird der eine oder andere sagen, LED-Treiber, noch weitere Elektronik kaufen, die Sie übrigens bei uns auf der Website unten im Cross-Selling-Bereich findet. Die Antwort ist ja und das Ganze hat einen wirklich sehr guten Grund oder mehrere gute Gründe. Viele finden im Internet, da kommen Sie auch fast hinterhergeschmissen oder auch im Baumarkt, hier direkt um die Ecke, die günstigen Plastiktubes ebenfalls mit LED und das ist ja auch alles drin. Auch diese Starterüberbrücke und allem, was dazugehört. Es ist keine professionelle Anwendung aus dem ganz einfachen Grund. Sie haben bei den billigen Plastiktubes direkt mit eingebaut, die gesamte Elektronik. Die Elektronik wird warm und dementsprechend werden auch die LED darin warm. Wenn LED warm werden, werden sie weniger effizient. Das heißt, ganz häufig hören Sie dort wunderschöne Traumwerte von Lumen pro Watt. Sobald die gesamte Lampe hingegen warm wird, nimmt deutlich die Effizienz halt ab. Hier hingegen ist es so, dass wir hier mit über 140 Lumen pro Watt rechnen und diese auch garantieren können, weil die gesamte Elektronik hier nicht mit eingebaut ist, weil die ist ja in einem separaten Treiber. Ebenfalls haben wir hier in dieser Anwendung keinen Plastiktube, sondern das Ganze ist Glas. Jetzt würde einer nur sagen, Glas, naja, Plastik hat ja einen deutlichen Vorteil oder Kunststoff hat einen Vorteil. Das Ganze kann nicht kaputt gehen, denkst du? Es hat, also ja erstmal, grundsätzlich ja, aber denkst du, die Plastiktubes haben den sehr großen Nachteil, dass wenn die halt außerdem noch warm werden oder auch ein bisschen mit Chemikalien in Kontakt kommen, dass das Ganze halt korrodiert und dementsprechend weniger durchsichtig wird. Hier hingegen ist es so, dass dieses Glas halt beständig ist. Das ist beständig gegen Wärme, macht immer nichts aus und ist ebenfalls beständig gegen kleinste Einwirkung von Chemikalien. Sie haben hiermit ebenfalls einen Schutz von IP65. All dieses haben Sie mit den günstigen LED-Tubes halt nicht. Ganz abgesehen davon, dass wir hier von einer Anwendung sprechen mit über 50.000 Stunden und die Plastiktubes hingegen meistens nur die 20.000 Stunden halten, die übrigens auch noch die klassische alte Leuchtstofflampe hält. So, ja, das war einmal direkt nebeneinander gestellt gegen die Plastiktubes. Jetzt geht es auch in Richtung der Leuchtstofflampe. Der weitere Vorteil von der LED, von dieser SLT5-Lösung im Verhältnis zu der Leuchtstofflampe ist, dass Sie die LED hingegen betreiben können, direkt an den Bewegungsmelder. Sie erreichen sehr große Einsparungen dadurch, dass Sie auf LED umrüsten und noch größere Einsparungen dadurch, dass Sie dann anschließend auch noch den Bewegungsmelder mit einbinden können, den Sie ebenfalls bei uns im Shop auch im Cross-Selling-Bereich finden. Der Bewegungsmelder kann deswegen hiermit eingebunden werden und weniger eigentlich mit der klassischen Technologie, weil die LED deutlich reaktionsschneller ist. Das heißt, sobald Strom halt draufgegeben ist, geht sofort die LED halt an. Das heißt, Sie haben Reaktionszeiten unter einer Sekunde. Hingegen bei Leuchtstofflampe kennen Sie das Ganze, es dauert immer einen kleinen Augenblick, bis das Ganze halt warmläuft bzw. hochläuft. Auch das eindauernde Ein- und Ausschalten macht der LED halt nichts aus. Das Ganze ist ein kleiner Chip, die LED, und dementsprechend, ob da nun Strom drauf ist oder nicht, juckt die gesamte LED halt recht wenig bei Leuchtstofflampe. Hingegen ist es so, dass im Laufe der Zeit die Leuchtstofflampe ein wenig darunter leidet. 50.000 Stunden werden eingegeben von Nava für die SLT5 und hingegen die Leuchtstofflampe kommt gut und gerne auf 20.000 Stunden, je nachdem, welches Modell Sie jetzt an dieser Stelle gerade verwendet haben. Der weitere Vorteil von der SLT5 ist, auch im Verhältnis zu den günstigen Plastiktubes, ist, dass hier vorne auf diesen LEDs ebenfalls, je nachdem, welche Variante Sie gerade gewählt haben, auch noch eine kleine Linse drauf sein kann. Das heißt, diese Linse bündelt anschließend das Licht. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, entweder 160 Grad das Ganze zu richten oder aber auch in 75 oder 45 Grad. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Hochregallager haben, brauchen Sie tendenziell eher die 45 Grad Linse. Das heißt, Sie brauchen, Sie haben einen ganz schmalen Gang normalerweise, dann brauchen Sie unten schönes gebündeltes Licht und an den Seiten verhältnismäßig wenig. Deswegen ist dort die SLT5 mit der 45 Grad Linse wirklich präsentiert. Wenn Sie hingegen natürlich einen Bereich haben, wo Sie eher tendenziell eine große Fläche haben, in dem Moment brauchen Sie natürlich eher die 160 Grad Linse. Das heißt, das Licht hier an dieser Stelle ist schon deutlich gerichteter als zum Beispiel bei der Leuchtstofflampe. Dort brauchen Sie meistens noch einen Reflektor, der meistens noch verdrecken kann. Das heißt, auch hier an dieser Stelle haben Sie dort natürlich einen weiteren Vorteil. Im Bereich der Dimmbarkeit ist natürlich auch die LED deutlich von Vorteil. Das heißt, auch wir bieten Ihnen natürlich Lösungen an mit DALI oder 1 bis 10 Volt. Auch dort an der Stelle können wir Ihnen empfehlen, natürlich auf die LED zu setzen. So, und nun geht es einfach darum, dass ich Ihnen mal kurz zeige, wie der Austausch funktioniert. Auch da, die gesamte Verdrahtung ist natürlich nur von Profis vorzunehmen, das Ganze vom Elektron-Statür. Und bitte beachten Sie auch die Hinweise Ihres Leuchtnerstellers zu dem Thema Umrüstung. Und jetzt geht es los. So, ich habe Ihnen einmal mitgebracht einen Freistrahler, wo dementsprechend die T8-Leuchtstofflampe in 58 Watt fertig montiert ist. Und habe Ihnen ebenfalls mitgebracht einmal einen LED-Treiber der Marke Tradonic. Finden Sie ebenfalls bei uns im Shop und ebenfalls im Cross-Helling-Bereich. Das ist dementsprechend der passende Treiber für die SLT5 von Nava. Ich werde Sie noch mal kurz zu der Kamera führen. Wie gesagt, G13-Sockel. Sie haben hier einmal dementsprechend den Aufkleber auf der Seite, wo auch die gesamte Verdrahtung vorgenommen ist. Das heißt, Sie brauchen auch nur die eine Seite hinterher kontaktieren in Richtung LED-Treiber. Die zweite Seite hingegen nicht. Das heißt, die Verdrahtung für die eine Seite, die Sie jetzt noch brauchten bei dem EVG, fällt weg. Dann können Sie sich dementsprechend einfach sparen. So, wie wird die gesamte Verdrahtung vorgenommen? Als erstes ganz einfach, das Ganze von der Spannung nehmen und dementsprechend auch gegen Wiedereinschalten sichern. Das heißt, in diesem konkreten Fall werde ich einmal das Ganze ausschalten und auch gegen Wiedereinschalten sichern. Da ist er. So, wie gesagt, Leuchtaflampe einfach herausnehmen. Und ich habe in diesem Fall einen Freistrahler mitgebracht. Das Öffnen der gesamten Leuchte ist verhältnismäßig einfach. Ich brauche da nur ein paar Schlüsse halt drehen. Und schon kann ich das Ganze auseinandernehmen. Was sehe ich da drin? Ein hochwertiges EVG der Marke Behrge Electronics. Ich sehe auf der einen Seite dementsprechend die stromseitige Verdrahtung, das heißt zur Stromquelle halt hin. Und auf der anderen Seite sehen Sie dementsprechend auch hier die Verdrahtung zu den Lampen halt hin. Das heißt, eine Seite geht in Richtung der einen Fassung und die anderen Drähte hier gehen dementsprechend zur zweiten Fassung. Was wir dementsprechend zukünftig nicht mehr machen müssen, ist dann ganz einfach, wie gesagt, nur der eine Sockel wird zukünftig direkt angeschlossen an dem LED-Treiber. Der zweite ist ausschließlich zur Montage, dass dementsprechend auch der LED-Tube nicht hin und her wackelt. Ich werde jetzt einmal dementsprechend das EVG herauslösen und dann werden wir gleich gemeinsam den LED-Treiber hingegen wiederum einbauen. So, das ging schnell. Hier ist das EVG und es sieht ja natürlich ein bisschen nach Kabelsalat aus. Das Ganze müssen wir gleich einmal in Ruhe sortieren. Was müssen wir jetzt hingegen tun? Bei den LED-Treiber, die Sie bei uns bekommen, auf der einen Seite sehen Sie hier dementsprechend wird die Spannung oder die gesamte Stromquelle einmal angeschlossen. Das ist auf dieser Seite. Und hingegen auf der anderen Seite haben Sie hier dementsprechend ausschließlich LED-Plus und LED-Minus einfach nur zwei Kontakte. Das heißt, hierüber werden wir jetzt einmal anschließen die eine Fassung und hier wird dementsprechend einmal das gesamte Stromkabel angeschlossen. So, das Ganze habe ich jetzt einmal durchkontaktiert. Sie werden sich sicherlich fragen, was Sie jetzt auf der einen Seite mit der überflüssigen Verdrahtung der Fassung machen. Ganz einfach, nehmen Sie eine Lüsterklemme, legen dementsprechend beide Kabel einfach drauf. So sieht das Ganze jetzt halt dementsprechend aus. Ich werde es nochmal kurz vor die Kamera führen. Sie sehen hier dementsprechend auf der einen Seite die Verdrahtung für die Spannungsversorgung und auf der zweiten Seite geht dementsprechend LED-Plus und Minus halt raus. Das Ganze geht dementsprechend direkt nachher auf die eine Fassung. Jetzt werden wir das Ganze einfach nochmal schließen und anschließend den LED-Glass-Typ einlegen und dann werden wir sehen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert. Bei dem Einlegen des LED-Glass-Types ist nochmal darauf zu achten, die Seite, die Sie verdrahtet haben, dort ist dementsprechend auch der Typ so reinzulegen, dass Sie auch dort das Etikettenschild haben. Das war in meinem Fall hier hinten. Und nun machen wir den Test. Ich werde jetzt dementsprechend den Stecker wieder einstecken und das Ganze einschalten. So, drei, zwei, eins. Und siehe da, Sie haben hier schönes LED-Licht, langlebig, hocheffizient. Also von daher, die Umrüstung war in diesem Fall erfolgreich. Sollen Sie Fragen haben zu diesem Produkt oder auch genereller Art, kein Problem. Können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden, per Telefon, per Chat oder auch per Live-Präsentation. Wir beraten Sie wirklich gerne. Und ganz einfach, wir als Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Sollen Sie nicht im Dunkeln stehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.